Moin meine Lieben und schön dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Wie ihr seht, ich bin immer noch die kleine Brunnhilde am dampfen, schön gemütlich auf 1,07 Ohm, Fuse-Clap, ne MTL, ne feine, lecker lecker, ist im Moment wirklich mein Allday, also wirklich meine kleine Alltags-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Schlampe. Als MTL mag ich sie sehr, sehr gerne, ansonsten mache ich ja auch ganz gerne mal Wolken, aber zu Hause eher weniger, aber darum geht es hier heute gar nicht. Ich möchte ein, zwei Leuten von euch was Gutes tun und zwar Karten für die Hall of Vape. Wer von euch möchte gerne auf die Hall of Vape in Hamburg und hat noch keine Karte? Ich möchte an einen von euch, vielleicht auch zwei, mal gucken wie ihr so drauf seid und wie ich so drauf bin, eine Karte verlosen. Eine ist auf jeden Fall schon mal sicher, eine Karte für die Hall of Vape möchte ich gerne an einen von euch verlosen. Und zwar, möchte ich von euch, was möchte ich denn von euch? Ich muss mal kurz überlegen. Was sind die Bedingungen für diese Karte? Okay, wir machen es einfach. Kommentieren, liken, Abonnent sein von diesem Kanal. Und im Kommentar möchte ich gerne wissen, warum du oder sie, er oder sie, auf die Hall of Vape in Hamburg kommen möchte. Vielleicht, wie lange du schon dammst oder was du so dammst. Warum du dir das gerne mal ansehen wollen würdest. Ja, und vielleicht, warum du mich abonniert hast oder warum auch nicht. Alles gut und schön. Hinterlasst mal so einen kleinen Kommentar. Vielleicht ein gefällt mir oder ein gefällt mir nicht. Vielleicht, dann kannst du oder sie diese Karte oder diese oder vielleicht auch diese für die Hall of Vape in Hamburg gewinnen. Würde mich freuen, wenn ich ein, was Gutes tun kann, wenn jemand auf die Hall of Vape kommt, der vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Vielleicht kommst du oder sie ja auch aus Hamburg und wollte sich das schon immer mal angucken. Hatte aber keine Lust, sich eine Karte zu holen. Ich habe noch eine Karte über, vielleicht sogar zwei. Meldet euch, hinterlasst gerne mal einen kleinen Kommentar und dann würde ich sagen, Vape on and fucking hard. Euer Das Monkey is the Peace und haut ihr rein. Noch ein Wal